Es ist ein sonniger Tag. Auf der Wiese stehen Kühe und Schafe und auch ein Pferd und ein Esel. Was fliegt denn da am Himmel? Sind das besondere Flugzeuge? Oh, das sind ja Raumschiffe. Huch, das schwarze Raumschiff fliegt dem grauen Raumschiff hinterher. Siehst du unsere Freunde PB3 und Petra im grauen Raumschiff? Im schwarzen Raumschiff sitzen die OOs. Die OOs sind sehr böse. Fliegt schnell, PB3 und Petra. Das graue Raumschiff fliegt unter einen großen Felsen. PB3 und sein Roboter Petra steigen aus. Sie kommen vom Planeten P3. Dort ist alles anders als auf der Erde. Es gibt keine Wiesen und Wälder, keine Felsen, Bäume und Blumen. Und es gibt nur vier Farben. Grün, Schwarz, Grau und Weiß. PB3 und Petra mögen die Erde. Sie lieben die vielen Farben auf der Erde, die Tiere, die Wiesen und die Wälder. Die OOs wissen nicht, wo das graue Raumschiff jetzt ist. Sie wissen auch nicht, wo PB3 und Petra sind. Deshalb fliegen sie davon. Die Wiese ist voller Blumen. Rosa, blaue, gelbe, orange, weiße und rote Blumen. PB3 und Petra hören ein lautes Zzzz. Kommen die OOs zurück? Nein, das sind Bienen. Viele, viele Bienen. Sie fliegen von Blume zu Blume. Überall sind Bienen. Auf, unter, neben, vor, hinter und in den Blumen. Petra und PB3 sind glücklich. Die Blumen und die Bienen sind wunderschön. Die Bienen haben hübsche, schwarz-gelbe Körper und große, schwarze Augen. Sie haben Flügel und sechs schwarze Beine und zwei schwarze Fühler. Hinten haben sie einen Stachel. Was ist das? Sind das Süßigkeiten? Marie und Jonas erzählen PB3 und Petra alles, was sie über Bienen wissen. Die Bienen tragen Blütenstaub von Blume zu Blume. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. So können die Blumen Früchte, Samen und neue Pflanzen machen. Haha, nein, das sind Bienen. Vorsicht, sie können stechen. Hi, wir heißen Marie und Jonas. Und wer seid ihr? Hallo, ich bin PB3 und das ist mein Roboter Petra. Wir schreiben gerade eine Arbeit über Bienen. Jonas und Marie zeigen PB3 und Petra einen Bienenstock, der an einem Baum hängt. Im Bienenstock machen die Bienen Honig. Honig ist sehr süß. Darf ich? Die vier hören etwas. Oh, ein Traktor. Oh, zwei Traktoren. Huch, der Bauer fährt mit seinem Traktor über die Blumen. Er gräbt die Wiese um. Wo können die Bienen jetzt Blütenstaub finden? Oh je, was macht denn der Bauer auf dem anderen Traktor? Er verteilt Insektengift auf der Wiese. Er will die Insekten töten. Sie essen seinen Kohl, aber das Gift tötet alle Insekten. Auch die Bienen. Arme Bienen. PB3 lächelt. Er hat eine Idee. Er erklärt sie Petra und drückt bei ihr auf ein paar Knöpfe. Ich habe eine Idee. Bei Petra öffnet sich eine kleine Tür. Grüner Schleim kommt heraus. Sehr viel grüner Schleim. Halt! Hören Sie bitte auf! Der Traktor kann nicht mehr fahren. Überall liegt grüner Schleim. Der Bauer weiß nicht, was er tun soll. Jonas und Marie sprechen mit dem Bauer. Sie erklären ihm, dass Bienen wichtige Tiere sind. Sie helfen der Natur, aber sie brauchen Blumen. Kommen Sie, wir zeigen Ihnen etwas. Sehen Sie die Bienen auf diesem Baum? Sie machen Honig. Marie und Jonas zeigen dem Bauer die Bienen. Den Bienenstock und den Honig. Der Bauer liebt Honig. Jonas und Marie zeigen dem Bauer eine Zeichnung. So baut man einen Bienenstock. Jonas und Marie helfen dem Bauer. Die drei basteln zusammen einen Bienenstock. Auch PB3 und Petra helfen mit. Der Bauer kann sie aber nicht sehen. Der Bauer lacht glücklich. Auch die Bienen sind glücklich und die Wetterlinge und Spinnen und Schnecken und Vögel und Frösche und Hasen und Eidechsen. Jetzt ist es wieder schön hier. Basteln macht Spaß! Oh Schreck! Das schwarze Raumschiff ist wieder da. Und auch die Oos sind wieder da. Sie sind grau, haben rote Augen und lange Arme und Beine. Sie sehen sehr unsympathisch aus. Pass auf, PB3! Pass auf, Petra! Achtung, PB3! Hinter dir sind die Oos! Die Bienen finden PB3 und Petra sympathisch und die Oos unsympathisch. Vorsicht, Oos! Bienen haben einen Stachel. Die Bienen fliegen zu den Oos und stechen sie. Die Oos laufen schnell zurück in ihr Raumschiff. Toll, wie die Bienen uns helfen! Gute Freunde helfen immer! Es ist schon spät. PB3 und Petra müssen nach Hause fliegen. Die Biene, die Biene, sie fliegt ohne Pause. Von Blume zu Blume mit Blütenstaub nach Hause. Was für ein Abenteuer!